Hallo! Ich sitze hier in der Bibliothek von Elkhart in Kansas. Ich schaue mir die alten Bilder an, von der Stadt, wie es hier auch einmal ausgesehen hat. Ich habe auch Informationen von der Dodge City, einem Steinhaus von Müller und Schmitt. Das werde ich mir wahrscheinlich schon morgen anschauen gehen. Heute bleibe ich noch hier in diesem wilden Rest. Als Ergänzung noch einige Bilder aus Elkhart. und von Schmitt, das geht's mir um jedem diesen Gedächtig. Alles in einem Jahr damals im vomit.